ja grüß euch freunde live aus de centerland ja am heutigen abend wieder ein bisschen was neues aus de centerland und ja dann auch direkt dabei was gibt es neues bei audible wollten wir mal reinschauen wollte ich euch mal vorstellen dort so ein paar highlights aus dem oktober ausgesehen gleichzeitig hier ein bisschen in meinem meter wird universum de centerland schaut mal rein leute ja vor allen dingen hören wir mal rein was gibt es heute wir gehen mal auf neuheiten ihr kleiner knackiger po sah verführerisch aus er mochte es wenn langes schwarzes haar wie ein strom aus tinte zwischen den schulterblättern über den rücken floss ohne sich lange mit zärtlichkeiten oder einem vorspiel aufzuhalten stieg er rittlings auf sie und drang in sie ein ihr rücken bog sich durch nachdem er dreimal fest in sie gestoßen hatte legte er ihr sanft die nylon schnur um den hals aber das keine sorge ich pass auf dass deinen haaren nichts passiert während er so fest zuzug dass sich die schnur tief in seine hände grub und die nutte sich schnaufen und verzweifelt aufzubäumen versuchte kam er mit einem wohlwollenden grunzen Dann ergoss er sich in sie. Zuerst musste er sie wie ein Wildpferd im Zaum halten, damit sie ihn nicht abwarf, doch dann erstarb ihr Widerstand langsam. Er lockerte den Griff. »Lasst, lasst mich, bitte.« Mit der freien Hand griff er unter das zweite neben ihnen liegende Kopfkissen und holte ein Messer mit Elfenbeingriff und langer, krummgebogener Klinge hervor. »Bitte, ich...« Er stieß ihr das Messer seitlich zwischen die Rippen bis zum Anschlag in die Lunge. Augenblicklich verstummte sie, spuckte nur noch Blut. Während er spürte, wie ihr Körper erschlaffte und sah, wie ihre rosa Haut schlagartig an Farbe verlor, kam er ein zweites Mal. Nicht mehr so intensiv wie vorher, aber dafür hielt das Gefühl diesmal länger an. Er beugte sich zu ihr hinunter. »Deshalb liegt die Folie auf dem Bett.« Er betrachtete den dunkelroten Strom, der sich seitlich über das Laken ergoss. »Du hast übrigens recht. Eine richtige Seite kann man nicht so einfach aus dem Klavier nehmen.« Aber das hörte sie nicht mehr. Er ließ das Messer in ihr stecken und nahm nur die Angelschnur aus Nylon von ihrem Hals. So wartete er, bis die Blutung nachließ, dann löste er sich von ihr und nahm das Geldbündel aus ihrer Handtasche. Danach knotete er den Morgenmantel wieder zu und verließ das Zimmer. Er fühlte sich berauscht, als hätte er zu viel erstklassiges Gras geraucht. Gemächlich ging er über den handgeknüpften, dicken Teppich durch den langen Korridor ins Wohnzimmer. Dort kam ihm eine große, hagere Gestalt entgegen. »War alles in Ordnung?« »Er.« »Kann ich Ilva schon wegbringen?« Er sah ihn irritiert an. »Ilva?« Der Mann nickte den Gang hinunter zum Schlafzimmer. »Das Mädchen.« Nun wurde ihm bewusst, dass er sie gar nicht nach ihrem Namen gefragt hatte. »Ja, natürlich. Und beseitige die Sauerei, bevor unsere Klienten eintreffen.« Der Mann nickte. Hinter ihm betrat ein junges Dienstmädchen das Wohnzimmer. »Wünschen Sie jetzt, das Frühstück einzunehmen?« »Nicht jetzt, später. Vorher brauche ich einen Kognak.« »Sehr wohl.« Sie verbeugte sich und verschwand. Er ging durchs Wohnzimmer, öffnete die Balkontür und trat ins Freie. Es war kurz nach sieben Uhr und Herrlichkeit. Nebel lag über dem Fjord, man konnte kaum das Meer sehen. Bloß die schroffen Felsen, auf denen das Haus stand, ragten aus der milchig-grauen Suppe. Ein Adler kreiste über dem Wasser. Genauso fühlte er sich auch. Schwerelos und frei. Er zog den Gürtel des Mantels enger, griff in die Seitentasche, holte eine Zigarre heraus, packte sie aus dem Zellophan aus, schnitt die Spitze mit dem Cutter ab und steckte sie mit seinem goldenen Sippo an. Mehrmals paffte er und hielt den Rauch im Mund, ehe er das erste Mal genüsslich ausatmete. Dann hörte er leise Schritte hinter sich. »Ihr Kognak!« Ohne den Blick vom Fjord zu nehmen, streckte er den Arm aus. Das Dienstmädchen drückte ihm das Glas in die Hand. Außerdem stellte sie ein Tablett mit seinem Handy und einen speziellen Aschenbecher für Zigarren auf die Brüstung des Balkons. Sie hatten zuvor einen Anruf. Mehr sagte sie nicht. Nachdem sie die Tür geschlossen hatte und er wieder allein war, nahm er einen Stück Kognak und genoss die Wärme, die sie in seinem Magen ausbreitete. Da läutete sein Handy. Er griff nicht hin, warf nur einen Blick auf das Display. Er kannte die Nummer. Das deutsche BKA. Schon der dritte Anruf von diesem Morgen, wie er feststellte, »Die haben schon seit einem Jahr nicht mehr hier angerufen. Muss wirklich dringend sein.« Ja, Freunde, was sagen wir dazu? »Todes Schmerz«, »Snyder Nemet 6«. »Sehr interessantes Hörbuch bei Audible entdeckt. Neuheit im Oktober jetzt. Moment, Platz 1. Neuheit im Oktober jetzt. Also mit 14 Jahren überhaupt erst davon erfahren hat. Apropos Leopold, der ist so gar nicht entspannt heute. Nicht beim Singen zuvor und auch nicht jetzt beim Abendessen. Die Oma hat uns ein Ganserl gebraten mit Knödel und Blaukraut, so wie sie es jedes Jahr tut. Und der Duft hat sich längst in alle Ritzen der Räume verteilt. Erwartungsgemäß schmeckt es einfach göttlich, und dementsprechend hau ich auch rein. Und weil mir der Leopold praktisch direkt vis-à-vis hockt, fällt mir auf, wie lustlos er in seinem Teller rumstochert. Vielleicht liegt's ja daran, dass er seine Frau, die Panida, mitsamt den gemeinsamen zwei Kindern heute Vormittag zum Flughafen nach München hat bringen müssen. München, Bangkok quasi. Weil halt auch seine Schwiegereltern ein Anrecht drauf haben, einmal im Jahr ihre Enkel zu sehen. Kann man doch auch irgendwie verstehen. Oder etwa nicht. Dass es ausgerechnet an Weihnachten sein muss, das ist heut scheiße. Liegt aber daran, dass diese Reise wegen Schulpflicht nur in den Ferien möglich ist, und die Panida die ganzen letzten Ferien dazu genutzt hat, ihr neues Haus einzurichten. Drum eben Weihnachten und drum eben wohl auch ein trauriger Leopold. Mensch, Leopold, die käme doch wieder, sag ich, ein bisschen aufmunternd und schieb mir ein Stück Knödel in den Mund. Die Soße ist einfach der Wahnsinn. Na, du hast gut reden, Bruderherz, antwortet er mürrisch. Immerhin sind deine Susi und dein Paul ja hier. Dabei betont er das Dein jedes Mal so theatralisch, dass es mir fast den Knödel hochwirkt. Der Papa legt seine Hand auf den Arm vom Leopold. Jetzt wirkt's mich tatsächlich. Ich bin auch traurig, dass die Sushi nicht da ist, murmelt nun der Paul in seinen Teller. Ja, pflichtet die Susi jetzt bei und schnauft ganz tief durch. Wir sind alle traurig, Spatzelein. Was für ein schöner Abend, sagt dann die Oma, klatscht in die Hände und strahlt begeistert in die Runde. Jetzt machen wir gleich die Geschenke auf, gell, Paulchen? Haben die Geschenke denn wieder die armen Kinder aus China machen müssen, fragt der Paul und spitzt seine Ohren. Nein, sag ich und schenkt mir ein Bier nach. Auf keinen Fall die armen Kinder aus China. Indonesien oder Indien oder sowas vielleicht. Aber definitiv nicht die armen Kinder aus China. Die Susi verdreht die Augen. Du sollst dich nicht darüber lustig machen, Franz, brummt. Der Leopold aus seiner Depression heraus. Der Paul hat ein Recht auf die Wahrheit. Selbst wenn sie vielleicht nicht so angenehm ist und auch nicht so gut zu Weihnachten passt. Doch ich denke, man kann gar nicht früh genug damit anfangen, den Kindern die Wahrheit zu sagen. Auch wie ich finde, über den Zerfall unseres Planeten. Denn schließlich und endlich ist es ihre Zukunft, die wir hier gerade zerstören. Weiß klar, Greta, brumm ich retour. Allerdings ist es nicht meine Familie, die gerade durch tausende von Flugkilometern tüst und unsere Umwelt verpestet, sondern die deine. Hinterher, wie wir dann die Geschenke auspacken, da ist die Stimmung aber schon wieder ziemlich entspannt. Wofür möglicherweise auch das eine oder andere Verdauungsschnapsal verantwortlich sein mag. Und eigentlich muss ich sagen, dass ich heuer ziemlich gut abgesahnt habe, so rein geschenketechnisch. Beispielsweise habe ich selbst gestrickte Socken gekriegt von der Oma. Einen Gutschein für die Metzgerei meines Vertrauens von der Susi und ganz astrein ein Tragerl Augustiner vom Papa. Was eigentlich nur ein Halbes ist, weil er die andere Hälfte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit selber säuft. Aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Selbst, wenn's nur ein Häuber ist. Irgendwann schläft der Paul inmitten seiner sich hüfthochstapelnden und pädagogisch völlig sinnlosen Weihnachtsgeschenke ein. Und die Susi glaubt ihn vom Boden auf, um ihn ins Bett zu bringen. Ich glaub, sie torkelt ein wenig. Durch die Ruhe, die nun einkehrt, merke ich, wie mir die Regensburger Domspatzen mit ihren schmalzigen Weihnachtsliedern tierisch auf die Eier gehen. Diese Schallplatte, die haben mir seit ich denke. Ja, Freunde, das war Re-Ragout, Rendezvous, Franz Eberhofer 11, Autor Rita Falk und gesprochen Erzähler, wem die Stimme bekannt vorkam, Christian Tramnitz. Alles Weitere unten im Video. Ja, wir sind hier live aus Decentraland. Amazon Charts, Wochencharts, Audible, Hörbücher, Hörprobe. Mal ein bisschen anders als gehabt, sag ich jetzt mal. Ja, hier live aus Decentraland. Mein Name ist Sedman. Und ja, Freunde, schaut mal rein. Alles Weitere auch hierzu unten im Video. Tolle Welt, 3D-Blockchain-basiert. Tolle Community, absolut top. Ja, weiter geht's. Für Sie. Schlagartig erinnerte ich mich wieder, warum ich hergekommen war. Genau genommen bin ich Schnuffelhase, korrigierte ich. Das stand jedenfalls auf dem Armband, das nun um Lillys Handgelenk geknotet war. Und sie sagte es ständig zu mir. Einer der Gründe, warum ich heute Abend Schluss machen wollte. Was ich aber jetzt nicht mehr konnte, jedenfalls nicht nüchtern und nicht ohne mich wie ein supermieses Arschloch zu fühlen. Denn, Überraschung, es hatte sich herausgestellt, dass Knuffelchen und Schnuffelhase heute seit 75 Tagen zusammen waren. Offenbar ein Anlass, selbst gebastelte Armbänder zu überreichen und zu versichern, dass man noch nie, nie im Leben so glücklich gewesen sei. Der Barkeeper schob uns unsere Drinks hin und ich lächelte ihn entschuldigend an, bevor ich meinen ersten Gin Tonic hinunterkippte, wie ein Glas Wasser. Ich meine, Knuffelchen? Ernsthaft? Sollte ich das jemals gesagt haben, hätte ich dieses Armband sowie weitere 75 Tage mit Lilly absolut verdient. Zur Strafe. Warum hatte ich auch auf meine Eltern gehört und nicht vor der Party kurz und schmerzlos per Handy Schluss gemacht? Dann wäre es erst gar nicht zur Übergabe des Armbands gekommen. Dass ich überhaupt so dämlich gewesen war, meine Eltern über meine Pläne zu informieren, lag daran, dass Lilly ihnen während der vergangenen zweieinhalb Monate noch mehr ans Herz gewachsen war, als meine Freundinnen davor. Meine Mutter fand es grundsätzlich wunderbar, wenn ein Mädchen im Haus war. Für sie waren alle meine Freundinnen zauberhaft und entzückend. Bei meinem Vater ging die Liebe mehr durch den Magen. Ladies Eltern besaßen nämlich zwei Feinkostfilialen in der Stadt und Lilly brachte oft etwas mit, wenn sie mich besuchte. Heißt das nie wieder gratis Carpaccio Cipriani und Steinpilz Risotto-Freihaus? Hatte mein Vater entsetzt ausgerufen, als er begriff, was ich vorhatte. Auf nimmer Wiedersehen Zimt-Macarons und Zitronen-Sorbet-Pralinés? So ein wunderbares Mädchen wirst du nie wieder finden, Quinn. Natürlich wird er das, Albert. Meine Mutter schaute ihn streng an. Und vielleicht haben deren Eltern ja ein Fitnessstudio, in dem du dann deinen Schmarotzerbauch wieder abtrainieren kannst. Während mein Vater beschämt auf seinen Schmarotzerbauch blickte, wandte sie sich an mich und lächelte nachsichtig. Du machst das schon richtig, Schatz. Folge deinem Herzen. Aber per Handyschluss zu machen, das gehört sich einfach nicht. So etwas muss man persönlich tun. Absolut, bestätigte mein Vater. Sonst hassen sie einen für immer. Und man muss ihnen dabei mutig in die Augen schauen. Und jetzt musste ich genau das tun. Allein schon, um meine Eltern nicht zu enttäuschen. Ich stellte das leere Glas ab. Vielleicht wäre es klug, wenn nicht nur ich, sondern auch Lilly bei meinem zweiten Versuch ein wenig Alkohol-Intus hatte. Also griff ich mit der einen Hand nach meinem zweiten Gentonic und schnappte mir mit der anderen den Caipirinha, den das Martin-Mädchen praktischerweise noch nicht angerührt hatte, weil sie zu sehr damit beschäftigt gewesen war, mich mit weit aufgerissenen Augen anzustarren. Den nehme ich lieber mit, Luise, sagte ich, während sie empört nach Luft schnappte. Du weißt ja, keine harten Drinks an Minderjährige. Ohne ihre Antwort abzuwarten, begann ich, mir einen Weg durch die Menge zurück ins Wohnzimmer zu bahnen, die Gläser möglichst vorsichtig erhoben. Ich heiße Mathilda, du eingebildeter Schnuffelhase, rief sie mir nach. Und du bist selber noch keine 18. Dann bete für mich, damit ich nicht in die Hölle komme, rief ich lachend über meine Schulter. Wenn es dafür mal nicht zu spät ist, sagte jemand ironisch, und ich blieb überrascht stehen. Die meisten Partygäste kannte ich von der Schule oder vom Parcours, aber das Mädchen, das direkt vor mir stand, hatte ich noch nie gesehen. Wenn doch, wäre sie mir garantiert in Erinnerung geblieben. Sie hatte leuchtend blau gefärbte kurze Haare, einen kleinen silbernen Ring im Nasenflügel, einen weiteren in der Augenbraue, trug knallenge schwarze Jeans und ein tief ausgeschnittenes schwarzes Oberteil zu robusten, halbhohen Schnürstiefeln. Ihre Augen waren mit jeder Menge schwarzer Schminke umrandet. Fehlte eigentlich nur noch ein auf dem Kopf stehendes Kreuz als Kettenanhänger um ihren Hals oder ein Seck-Sack-Sack-Tattoo, dann wäre das Klischee perfekt erfüllt gewesen. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, war sie ziemlich attraktiv. Ich schätzte sie ein paar Jahre älter als mich, vielleicht schon Anfang zwanzig, was aber am vielen Make-up liegen konnte oder an ihrer selbstbewussten Haltung. Als sie ihren Mund zu einem kurzen Lächeln verzog, zeigte sich ein drittes Piercing am Lippenbändchen, mit einem blauglitzernden... Ja, Freunde, das war Vergiss mal nicht, was man bei Licht nicht sehen kann, Audible-Hörbuch, ungekürzte Ausgabe, Bestseller-Autorin Kerstin Gier, Erzähler Jasna Fritzi, Bauer Timo Nissner und weitere Informationen unten in der Videobeschreibung. Ich fand es gar nicht so schlecht, könnte man nochmal reinhören, sage ich mal. Ja, wir sind live hier in Decentraland, neues aus Decentraland. Heute mal Amazon Highlights, Hörbücher, Audible-Hörbücher, vorgestellt in Decentraland. Ich dachte mir, wir machen mal ein bisschen was anderes, Leute. Wunderbar. Platz 4, Neuerscheinungen diese Woche für den Oktober. Danke. Vielen Dank. 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 Da sind wir auch wieder. Ja, auch sehr schön kurz. Ja, jetzt hier mal von Stephen King. Sehr bekannt schon. Und auch schon viele Resonanzen davon gehört in einigen Communities. Und Nick Majerian lebt gern auf großem Fuß, egal ob zu Hause oder anderswo. Und in Hotels übernachtet er grundsätzlich nicht. Aber stattdessen fahren sie nach Nordosten. Die müssen frisch angestrichen werden. Und auf manchen Rasenflächen breitet sich Fingerhirse aus. Billy sieht ein Haus mit einem zerbrochenen Fenster, das mit einem Stück Pappkarton gesichert ist. Vor einem anderen sitzt ein dicker Mann in Bermuda-Shorts und Trägerunterhemd auf einem Gartensessel von Costco oder Sam's Club. Er trinkt Bier und beobachtet sie beim Vorüberfahren. Eine Weile lang waren die Zeiten in Amerika jetzt gut, aber vielleicht wird sich das auch wieder ändern. Billy kennt solche Wohnviertel, sie sind wie ein Barometer, und das hier ist im Sinken begriffen. Die Leute, die hier wohnen, haben Jobs, bei denen man eine Stechuhr bedient. McIntosh biegt in die Einfahrt eines zweistöckigen Hauses mit einem ungepflegten Rasen ein. Es ist in einem matten Gelb gestrichen und ganz in Ordnung, sieht jedoch nicht wie ein Ort aus, wo Nick Majerian sich niederlassen würde. Und wenn auch nur für ein paar Tage. Es sieht aus, als würde hier ein Mechaniker oder ein kleiner Flughafenangestellter mit seiner Rabatt-Coupons sammelnden Frau und zwei Kindern leben, jeden Monat seine Hypotheken abbezahlen und sich am Donnerstagabend mit Bier und Bowling vergnügen. Logan zieht Billys Tür auf, Billy legt sein Comicbuch aufs Armaturenbrett und steigt ebenfalls aus. McIntosh geht als erster die paar Stufen zur Veranda hoch, draußen ist es heiß, drinnen klimatisiert. Nick Majerian steht in dem kurzen, zur Küche führenden Flur. Er trägt einen Anzug, der wahrscheinlich beinahe so viel wie eine monatliche Hypothekenzahlung für das Haus gekostet hat. Sein schütteres Haar ist an den Kopf gekämmt, von Schmalzlocke keine Spur. Das Gesicht ist rundlich und von der Sonne in Vegas gebräunt. Er ist korpulent, aber als er Billy in die Arme nimmt, fühlt sein vorstehender Bauch sich bretthart an. »Billy«, ruft Nick aus und küsst ihn auf beide Wangen, herzhafte Schmatzer sind das. Im Gesicht trägt Nick ein breites, strahlendes Grinsen zur Schau. »Billy, Billy, Mann, ist richtig schön, dich zu sehen!« »Ich freue mich auch, dich zu sehen, Nick.« Billy blickt sich um. »Normalerweise wohnst du nobler als hier.« Er hält kurz inne. »Nichts für ungut.« Nick lacht. Er hat ein wohltönendes, ansteckendes Lachen, das zu seinem Grinsen passt. Macintosh schließt sich ihm an, während Logan lediglich lächelt. »Ich hab ein Haus im Westen, vorübergehend. Betätige mich sozusagen als Haushüter. Im Vorgarten ist ein Springbrunnen, auf dem in der Mitte ein kleiner nackter Kerl steht. Wie nennt man sowas noch?« »Eine Putte«, denkt Billy, hält jedoch den Mund. Er lächelt einfach weiter. »Na egal, ein wasserpinkelnder Knabe halt. Wirst schon noch sehen, keine Angst.« »Nein, das Haus hier ist nicht meins, Billy. Es ist deins. Falls du dich entscheidest, den Job zu übernehmen.« Nick führt Billy durchs Haus. »Voll möbliert«, sagt er, als wollte er es an den Mann bringen, was er wohl irgendwie gerade tut. Im Obergeschoss sind drei Schlafzimmer und zwei Bäder, von denen das zweite kleiner und wahrscheinlich für die Kinder gedacht ist. Das Erdgeschoss besteht aus Küche, Wohnzimmer und einem Esszimmer, das so klein ist, dass man es eigentlich als Essecke bezeichnen müsste. Der größte Teil des Kellers ist zu einem langen, mit Teppichboden belegten Raum umgewandelt worden, wo am einen Ende ein großer Fernseher und am anderen eine Tischtennisplatte stehen. An der Decke sind Schienenleuchten angebracht. Nick bezeichnet das Ganze als Hobbyraum, und hier setzen sie sich zusammen. Macintosh erkundigt sich, ob jemand etwas trinken wolle. Zur Auswahl stünden Mineralwasser, Bier, Limonade und Eistee. »Ich nehme einen Arnold Palmer«, sagt Nick. »Halb und halb, viel Eis.« »Hört sich gut an«, sagt Billy. Bis die Getränke kommen, plaudern sie miteinander. Über das Wetter und wie heiß es hier unten in den nördlichen Südstaaten ist. Nick will wissen, wie Billys Reise war. »Gut«, sagt Billy, erklärt jedoch nicht, wo er losgeflogen ist. Und Nick fragt nicht nach. Nick sagt, »Was soll man bloß zu diesem verfluchten Trump sagen?« »Und Billy meint, tja, was soll man da schon sagen?« »Das ist in etwa alles, was sie zustande bringen. Aber das macht nichts, weil jetzt Macintosh mit einem Tablett kommt, auf dem zwei hohe Gläser stehen. Und sobald er wieder abgezogen ist, kommt Nick zur Sache.« »Als ich mit deinem Kumpel Bucky telefoniert hab, hat der mir gesagt, du willst dich bald zur Ruhe setzen.« »Ich denk drüber nach. Macht das Ganze schon eine lange Zeit, viel zu lange.« »Stimmt. Wie alt bist du überhaupt?« »44.« »Und du bist im Geschäft, seit du die Uniform ausgezogen hast?« »Mehr oder weniger.« »Er ist sich ziemlich sicher, dass Nick das alles weiß.« »Wie viele insgesamt?« Billy zuckt mit den Achseln. »Das weiß ich nicht mehr genau.« »Es sind siebzehn. Achtzehn, wenn man den ersten mitrechnet, den Mann mit dem gegipsten Arm.« »Bucky meint, du übernimmst eventuell noch einen, wenn der Preis stimmt?« Er wartet darauf, dass Billy etwas antwortet. Weil er das nicht tut, fährt Nick fort. »Der Preis stimmt auf jeden Fall. Wenn du den übernimmst, kannst du dein restliches Leben irgendwo da verbringen, wo es warm ist. Kannst dich in eine Hängematte legen und Pina Colada trinken.« Sein breites Grinsen kommt wieder zum Vorschein. Zwei Millionen. Fünfhunderttausend als Vorschuss, der Rest hinterher. Billys Pfiff gehört nicht zu seiner kleinen Show, die er zudem nicht als solche betrachtet, sondern als feste Rolle des Einfältigen, die er Typen wie Nick, Frank und Pauly immer vorspielt. »Sie ist wie ein Sicherheitsgurt. Den legt man nicht an, weil man einen Unfall erwartet, sondern weil man nie weiß, wer einem auf derselben Straßenseite über die Kuppe entgegenkommen könnte. Das gilt auch auf der Straße des Lebens, auf der die Leute im Zickzack durch die Gegend gondeln und sich auf dem Highway als Geisterfahrer betätigen.« »Warum so viel?« »Bisher hat er für einen Auftrag höchsten siebzigtausend bekommen.« »Es ist doch kein Politiker, oder? So was mache ich nämlich nicht.« »Ganz und gar nicht.« »Ist es ein schlechter Mensch?« Nick lacht, schüttelt den Kopf und betrachtet Billy mit echter Zuneigung. »Die Frage stellst du immer.« Billy nickt. Der Einfältige mag eine Maske sein, aber es stimmt. Er übernimmt nur schlechte Menschen. Was damit zu tun hat, wie er nachts schlafen kann. Natürlich verdient er seinen Lebensunterhalt damit, für schlechte Menschen zu arbeiten, aber das sieht Billy nicht als moralisches Dilemma an. Er hat kein Problem mit schlechten Menschen, die dafür bezahlen, andere schlechte Menschen umbringen zu lassen. Im Grunde sieht er sich als Müllmann mit Waffe. »Er ist ein sehr schlechter Mensch.« »Na dann.« »Außerdem kommen die zwei Millionen nicht von mir. Ich bin hier nur der Mittelsmann und kriege, was man als Maklergebühr bezeichnen könnte. Die kommt übrigens nicht von dir, sondern ist extra.« Nick beugt sich vor und verschränkt die Hände zwischen den Oberschenkeln. Mit ernster Miene blickt er Billy tief in die Augen. »Der Typ, über den wir reden, ist ein Profi. Wie du.« »Nur fragt er nie, ob es um einen schlechten oder guten Menschen geht. Solche Unterscheidungen trifft er nicht. Wenn das Geld stimmt, übernimmt er den Auftrag.« »Nennen wir ihn fürs Erste einfach Joe. Vor sechs Jahren, vielleicht sind es auch sieben, das ist jetzt egal, hat er einen 15-Jährigen umgelegt, der gerade auf dem Schulweg war. War der Junge ein schlechter Mensch?« »Nein. Er war sogar ein besonders guter Schüler. Aber jemand wollte seinem Vater eine Botschaft senden. Der Junge war die Botschaft. Joe war der Bote.« Billy fragt sich, ob die Geschichte wahr ist. »Möglicherweise nicht. Sie hat so etwas Märchenhaftes an sich, aber irgendwie vielleicht doch.« »Du willst, dass ich einen Killer umlege.« »Als müsste er sich das klarmachen.« »Genau. Momentan sitzt Joe in Los Angeles im Bau, im Men's Central Jail. Die Anklagepunkte sind Körperverletzung und versuchte Vergewaltigung. Letzteres ist einigermaßen komisch, falls du nicht gerade auf politische Korrektheit stehst. Er hat eine Schriftstellerin, eine feministische Schriftstellerin, die zu einer Tagung in L.A. war, für eine Nutte gehalten. Hat ihr wohl einen ziemlich unsittlichen Antrag gemacht, worauf sie ihr Pfefferspray rausgeholt hat.« »Ja, Freunde, live aus der Central Land.« »Das war Stephen King, Billy Summers und eine Hörprobe bei Audible Hörbücher.« »Diese Woche Platz 5 der Neuerscheinungen, Bestseller Neuerscheinungen.« »Ja, Freunde, das soll es auch gewesen sein für heute wieder, live aus der Central Land.« »Schaut unbedingt mal vorbei, Leute. Hat mich sehr gefreut, wieder mal jetzt mal Premiere heute, mal was anderes gemacht.« »Gerne die Kommentare zu den Hörbüchern.« »Gerne auch zur virtuellen Metaverse hier in der Central Land.« »Mein Name ist Sedman, grüße euch. Habt einen schönen Tag, schönen Abend. Servus aus der Central Land, Leute.« »Erbüchern.